Ich starte die Runde, Smaggy als Kollege und ich so, ich breche heute den Curse, ich sag euch ganz ehrlich, das wird eine geile Runde mit Smaggy, Smaggy legt eine Bombe, wird dafür vom Sheriff erschossen, ich werde aber erwischt. Nee, nee, Smaggy ist aus dem Vent rausgehüpfert, hat mich gekillt und Vivi stand, glaube ich, Kamel oder ne? Ja, aber ich wollte ja Smaggy töten, aber mein Katz ist reingelaufen, hab ich ihn auch deswegen getötet. Ich glaube, Smaggy hat auch die größte Loose-Raid hier in der Lobby allgemein. Hallo YouTube, Freunde, an der Stelle, ich grüße euch, wie geht es euch? Schreibt es mal in die Kommentare. Ach du Scheiße, so, okay Kinder, wir machen jetzt folgendes. Lights out. Kill, Jolie, kill. Ist das geil, Alter, holy shit. Mh, Vlesk ist hier vorher langgelaufen. Vlesk könnte Trapper sein. Hat der, der Dingens hat unten gefressen, ne? Wulscher, ja. Die Wulscher hat hier gefressen. Hallo, äh, Bernd. Ich sag dir gleich, ich bin auch, äh, schlecht. Hallo Jules. Was ist denn hier los? Ja, den, der Haarschnitt, sehr schön. Hä? Hallo Gamergirl. Hallo YouTube. Hat entweder die Leiche gecleanet oder es war, schauen, hat er gegessen. Aber vor mir wurde die Bombe gelegt. Also Malöres, ich weiß nicht, ob der, I don't know, keine Ahnung. Also der hat vor mir gelegt. Hast du das gesehen, wenn Lights out war? Wo denn? Wo war das, Jules? Ja, Electrical. Also er stand still. Also ich hab auch noch, ich hab die Leiche noch gesehen, als ich drüber gelaufen bin. Aber ich hab den Lights angemacht, weil mir die Bombe egal ist, weil ich das First Kill Shield hatte. Also und die Leiche hast du gegessen so? Ne. Ich hab die noch, ich bin, also ich bin da noch drüber gelaufen, hatte noch einen Report-Button und dann hab ich das Light gefixt. Und die muss in der Zwischenzeit irgendwer gegessen haben. Aber nach dem Lights out war, weiß ich nicht, ob es du bist oder ob der Bulls schon irgendwie im Drive-By war. Oder ist das im Eingang irgendwo Electric, muss die rumgelogen sein, oder? Also da steht, ähm, ich glaube in Electrical ist es noch Terster oder Flesk da neben, oder? Habt ihr diesen Hund gesehen, den ihr habt? Wo war denn die Leiche oder wo wäre sie denn gewesen? Vor Electric muss sie irgendwo. Äh, ja, ich war, als die Bombe, da hab ich mich links oben beim Download versteckt, da war so ein Safe-Spot. Mhm. Also, äh, es war einmal Camouflage an. Da war ich bei Electrical, ich glaube ich hab noch ein paar andere gesehen. Ich weiß jetzt nicht wie viele. Weil wir alle, wir waren halt alle schwarze Blobs und da kam die Bombe und haben mich oben in den Safe-Spot gelaufen. Direkt über der Leiche, irgendwann muss sie auch noch die Bombe gelegen haben. Ich kann tatsächlich Sakuri für alles rausnehmen, was passiert ist. Ja, die, die Bombe war Richtung Electrical. Ja, und die war mit mir Navigation. Die Bombe. Nein, Sakuri. Ich bin aber auch nicht. Ich hab die Bombe mitgenommen, Navigation. Ich dachte, das ist besser. Flest, du kamst da aus Electrical? Richtung, oder? Hochrichtung Reaktor? Äh, ähm, äh. Ne. Doch, wir sind unten Lower Engine. Es war nicht in Electric Region, ich bin vorbeigelaufen, das stimmt. Ja, das kann ich sagen. Das war, äh, Cafeteria, Storage, Rubalow Engine, dann kriegt ihr rein. Ja. Also Kaioken hat sie auf jeden Fall gekriegt. Ach, wer ist das? Nee, das ist leid gefixt. Ich wohd mich, ich bin sass. So, okay. Boah, das war last second. Ich hab Kaioken nicht gefunden. Stimmt, da war ja was. Freunde! Hallo YouTube! Kinder, es ist euer Tersti! So, also Julie ist Bomber. Guck mal, ihr könnt am Anfang immer die Türen zu machen, immer sehr, sehr wichtig. Wichtig, wichtig und richtig. Äh, Among Us machen wir jetzt letzte Runde, dann machen, gehen wir rein in Sponsoring. Und danach werden wir wahrscheinlich noch ein wenig, ähm, WoW zocken. Junge, ich seh gleich aus wie ein Pimmel. Hallo, was für Kanalwette! Ausrufzeichen Pimmel, hallo YouTube. Boah, Chensa, vielen Dank. Boah, ist das geil, alter Holy Shit! Oh, nein. Oh, nein. Boah, ist das geil, alter Holy Shit! Hallo, Leute! Hi, Tersti! Ja, jetzt würdet interessant, ne? Wie wär's denn, wenn du mich mal am Arsch läckst? Ich bin gespannt. Es reicht mit den Sounds jetzt. Äh, ich habe Sakuri gefunden in, äh, Mad Bay, also ich bin da reingelaufen, da es kam mir... Wobei, da war Faro grad mit ihr. Mhm, ich, ähm, die leckte übrigens nicht in Mad Bay, sondern, ähm, Sakuri ist schon lange raus und die, die muss irgendwo der, äh, vorliegen. Und ich kann euch sagen, dass Tersti die getötet hat. Was, bitte? Äh, Tersti hatte da grad einen technischen Aufentfall. Ich hab Tersti gehandkauft, der hat nichts gemacht. Der hat dich aber gekillt. Ähm, ne, also Faro, die Leiche liegt in Mad Bay. Ähm? Ne, liegt sie nicht. Äh... Ja gut, ich weiß nicht, woher du das wissen willst, aber, äh, so ist das. Wo liegt denn die Leiche, Faro? Also Faro ist ja ein Troll. Äh, Richtung Reaktor. Reaktor Security. Das kann nicht sein, da bin ich nicht. Aber warte mal, in Reaktor lieg ich drin. Ich versuch mal Kamo auf Faro. Nee, nein, Faro trollt doch irgendwie. Ich bin grad ein Admin. Katze, was soll das? Items, nein. Items, nein. Also, Faro trollt, 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 trollt. Also ich wollte jetzt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr habt mir letzte Runde nicht vertraut und sowas. Und dann haben wir vorhin... Ja, aber die letzte Runde hast du dich rausgeschossen an Smitty als Ninja, oder? Nee, 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 nee. Okay, guck mal, Faro, also pass auf. Guck mal, Faro, jetzt harte Facts. Ja, ich habe reported. Das heißt, ich stehe doch bei der Leiche. So, du hast nicht reported und sagst aber, wo die Leiche liegt. Also hier stimmt doch was nicht. Ja, du hast ein Bait erwischt. Nein, ich bin in... Ich bin grad in Medbay reingelaufen und hab dann Report-Button bekommen, Faro, und hab dann die Leiche reportet. Ich weiß nicht, was du für eine Rolle bist, aber für die Crew spielst du nicht. Freunde, er gehört nicht zu uns. Er muss auf den Scheiterhaufen. Keiner von uns. Er ist keiner von uns, Freunde. Ja. Ja. Also, behalte das im Auge. Ich weiß, dass ich jetzt gewotet werde, weil die Leute... Aber behalte im Auge, dass die erste hier... Also, ich habe Faro gewotet. Raus mit Faro. Raus mit dir. Heavy, no one. Ach so, oh. Es wurde gar keiner gekickt, ne? Oh, ich dachte, Faro wäre raus. Ey, Censa, danke für die zwei Subgifts. Ah, ja. Äh, der Scheiterhaufen-Sound ist raus, ne? Weil der nie abgespielt wurde, weißt du? Ja, es ist traurig, es ist traurig. Ja. Ja. Ja, 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 ja. 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 Ah. Boah, das tut gut. Kinder, das tut gut. Guter Killspot. Guter Killspot. Boah, Juli, bitte leg hier ne Bombe. Juli, bitte. Juli, leg hier ne Bombe, Bombe, Bombe. Juli, leg hier ne Bombe, komm. Juli, leg... Ja, 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 du tut, ja. Ne. Noch nicht. Jetzt wisst ihr auch. Dass ich da gekillt habe. Ja, aber ich wäre gewiddet. Ja, schade. Freunde, er ist da nur noch. Alter, ich darf nicht sterben, der kommt grad von der Seite. Ja, Freunde, der ist ja rausgewandelt. Wer war dort? Bitte? Ja. Oh, oh, oh. Er ist gewandelt. Sind alle tot. Warte mal, ich hab Impuls. Ruhigen Sie sich. Jules ist gerade eben noch gestorben, weil die ist gerade noch weggelaufen mit Jules, glaub ich. Ich hätte gesagt, dass zwischen Juli und Jules der Bomber ist, weil die sind mit mir aus Electrical rausgelaufen auf einmal. Es ist Electrical, geht die Tür zu und ist eine Bombe drin. Bibi, das wird doch messen. Ich bin doch messen. Der ist reingelaufen, sieht die Bombe und wendet einfach oben wieder raus. Ja, ich wollte nicht sterben. Die Tür war unzu. Ich lauf rein, die Tür ist zu und dann ist eine Bombe. Aber warum sagt das doch jetzt nicht? Ja, aber es ist schon ein Sass, weißt du? Ich muss ja die Leute Sassen, die mit mir rauslaufen, weil der Bomber bleibt ja nicht drin. Das wäre ja doof. Ja, aber ich... Also, also Tersten, es ist wirklich so eiskalt, weißt du, wir stehen, na? Ja, soll ich da mit euch sterben? Du kannst die diffusen. Ich hab sie doch diffused. Ich war doch drin, die Bombe lag... Wo lag die denn? Ich weiß es nicht. In Electrical, vor dem Lighting. Ich versuchte sie zu callen. Ja, aber ich wurde doch panisch. Ich hatte Angst. Ich hab noch... Ja, Juli und Vivi sind Bomber, oder? Ich hatte Juli und Tersten. Ich hab noch On-Stream gesagt, Mensch, jetzt sterben die da alle, schade. Ich bin mit Vivi raus, außerhalb der Bombe. Dann haben wir noch geguckt, das ist für mich äußerst inno. Also, wir würden... Ja, nee, aber Juli, das kann nicht sein. Hab ich gesagt, oder, Leute? Vlesk, Shoshy und Tersten waren in Electrical drinnen. Die konnten ja nicht raus. Hab ich gesagt. Der Bombe liegt da nicht in der Bombe drin. Dann finden es sehr doof. Hinter uns ging direkt halt die Tür zu. Deswegen war es für mich halt... Wie wär's denn, wenn du mich mal am Arsch leckst? Ich glaube... Und Faro liegt übrigens in Security da im Gang. Ich glaube, Vlesk ist Camouflage an. Hat jemand einen Guess? Also, Vivi, machen Call. Juli oder Tersten. Ich würde Juli, weil das müsste für mich sehr safe sein, dass sie Bomber ist. Ja, dann vote ich jetzt Tersten. Lass mal Tersten voten, Vivi. Es tut mir leid, Juli, aber wenn Juli jetzt tot ist... Nee, dann muss es ja Vivi sein, wenn sie so auf mich geht. Nee, ich wär nicht auf dich gegangen, aber das mit der Bombe war jetzt zu sass. Aber... Ja, Vivi, vote mich. Das müsste ja auch sein aus anderen Augen, nicht ich. Nein, Tersten, nicht ich. Ja, dann muss Vivi sein, wenn sie mich halt accused. Tersten könnte auch natürlich noch Killer sein, aber... Wir hätten eine Inno-Verbindung, Vivi. Das sieht richtig aus, ja. Ich war das halt nicht. Ich bin nicht der Bomber. Das sieht richtig aus. Ja, Juli raus, ne? War recht eindeutig. Erste voten, schnell. War recht eindeutig. War recht eindeutig. Ne, ich weiß es nicht. Wir hatten, glaube ich, schon Watten, ne? Wir hatten schon Watten, ne? Ich glaube, wir hatten schon Watten. Äh, warte mal. Haben wir noch jemanden, der bei uns irgendwie mit auf der Seite ist? Haben wir noch jemanden, der mit uns irgendwie zusammen hier auf einer Seite... Jetzt macht Juli das Licht aus. Juli, bitte macht doch das Licht jetzt hier nicht aus. Hm? Woran hat's gelegen? Ich muss doch jetzt O2 anmachen. Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt sie lehnen? Äh, das fragen wir nicht. Ich weiß natürlich immer, woran sie lehnen hat. Ja. 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 Ja, 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 ja. Okay, wir müssen jetzt O2 anmachen. Ja, ganz wichtig. Oder, äh, Reaktor. Äh, ne, O2, 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 O2. Juli, jetzt hör auf, hier Türen zuzumachen. Juli will helfen, aber, äh, eigentlich... Oh, nein, Juli. Oh, nein, nicht Shoshi, die Waffe nicht sehen. Juli, ich kann doch da nicht sabotieren. Ich muss doch... Oh, nein, ne, macht jetzt mit mir das Dreier-Ding. Hä? Also, dass ich überlegen muss, wer Killer von euch ist. Oh, nein. Ja, warte mal, jetzt weiß ich jetzt nicht. Also, ich hab jetzt reportet. Hä, warum hab ich reportet? Ja. So, ähm, ja, ich hab Shai gefunden. Bitte? So. So, also, ich hab jetzt reportet. Und ich find das jetzt auch... Ich hab es nicht verstanden vorhin. Warum denkt ihr, ich war Killer? Verstehe ich nicht. Weil du weggewendet bist. Ja, aber doch nur, weil ich nicht sterben wollte. Ja, aber jetzt, äh, sag mir mal, wo die Leite liegt. Äh, in Storage. Ja. Okay, und wo ist Flask? Äh, in, in, in Navigation. Ne, Admin. Fast. Also, ich glaub tatsächlich, dass wir den Schakal jetzt noch übrig haben. Nein. Also, es muss safe der Schakal sein, weil Julie hat ja eine Bombe gelegt. Die würde ja nicht ihren Imposter-Kollegen gefährden. Warte mal. Ich hab Julie rausgehauen. Flask, hast du mich jetzt gevotet? Verste, wir werden nicht rausfinden, wen ich hier gewollt habe, bis der Vote durch ist. Ich glaube, er vertraut mir nicht. Echt, Flask? Ach, Mann. Also, ich hätte... Gib mir den Futter, ich weiß nicht, wie ich... Ja, aber, Vivi, ich hätte jetzt eh gesagt, Flask ist es. In der letzten Runde schon allein. Ich hab doch jetzt hier auch auf drei Leuten reportet, Vivi. Hä? Aber du bist gewendet. Ja, aber ich würde doch jetzt einfach einen Kill machen, Vivi. Vertrau mir doch jetzt bitte. Hat Tersti vielleicht den Bait erwischt? Das ist die Frage. Ey, ist ja Quatsch. Ey, ist ja Quatsch. Also, ich hab jetzt grad auf drei noch reportet, Vivi, für das Team, ne? Wir haben Faru zusammen rausgeworden und Julie. Ich hör doch, dass der Puls hier gerade hochgeht, als ob dein WoW-Hardcore-Charakter 5 HP hat und du läufst vom Eber weg. Ich bin vorhin fast am Erntebehüter gestorben, ne? Weil man den nicht spotten kann. Westfall, das gibt's ja nicht. Was bist du denn, Tersti? Äh, Warlock, Level 18 jetzt, ne? Nein, ich mein hier. Du kannst ja weg. Achso, ja, ähm. Ich, ähm. Ja, ich bin Ingenieur, hä? Ist doch klar. Ja, ist nicht klar. Vivi, du musst jetzt Westquoten, ne? Ich hab reportet auf drei. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja, dankeschön. Leute, ich hab gefettfingert. Ich hab gefettfingert. Ich hab gefettfingert. Ne, ich wollt gar nicht mich brauchen. Ich hab gefettfingert. Ich hab keine Zeit gehabt. Ja. War gut gespielt. Erst den Welt erwischt und dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt Julia Tersti brotten. Keiner hat den Schimmer, Freunde. Ich sag's doch hundertprozentig. Hör auf, nicht anzuschreien. Die hatten keinen Schimmer, Leute. Lasst euch nix erzählen. Achso, ja, ich dachte, es war klar. Weil Faru hat schon gesagt, Tersti ist Imposter. Und Tersti ist halt neben uns im Endgüpf, wenn wir alle an der Bombe ranstanden. Guck mal, ich hab ne Bombe auf Elektrik gesetzt. Ich wusste, Tersti ist drin. Ich dachte, ah ja, der wird schon irgendwie rauswenden. Und deswegen dachtet ihr, dass er nicht mein Mate ist. Ich hab so im Stream gesagt, Julie, jetzt leg da ne Bombe. Da sind vier Leute in dem Raum. Und Vivi und Julie laufen raus und ich nur so, hä, was passiert hier? Und auf einmal geht diese Tür zu und ich so, Vivi, lass mich nicht alleine, bitte. Die hast du auch immer hier in ne gewonnene Runde. Sehr schön. Ich hatte eigentlich gedacht, das ist Tersti. Die meisten Runden verliere ich immer, ne? Ich bin nicht ganz sicher, aber ich hätte jeder sein können. Ich hab halt nicht wirklich was gesagt, weil ich mir dachte, es ist eh so klar, dass es Tersti ist, dass ich jetzt nicht mehr große Regen muss. Ja, deswegen hab ich gesagt, gebt mir Futter, ich hab keine Ahnung. Ich war da so ein bisschen, vor allem hat er auch. Faru hat ja gesagt, Tersti hat ihn neben mir getötet und dann hatten wir den nicht gevotet, weil ich dann ein bisschen getrollt habe und gesagt habe, ich lass Tersti jetzt erstmal drin oder so. Und, äh, dann ist er halt neben Shorshi und mir, während eine Bombe in Electrical lag, an der wir beide gestorben wären übrigens, ist er ja einfach rausgewendet und hat das auch gesagt so. Das war schon sehr gut, ja. Sehr schöne Runde, ne? Hat Spaß ja. Ja, ist ja, ist ja egal. Es tut mir leid. Ja, Freunde, hallo YouTube-Kinder, das war lustig, oder? Hat Spaß gemacht, ne? Das war sehr, sehr geil. Äh, ich hab mich sehr gefreut, Freunde. Ich hoffe ihr auch, wenn ihr Bock habt, äh, lasst gerne mal Support auf dem Video da in Form eines Abos oder eines, äh, Kommentars. Ja, würde ich mich sehr darüber freuen. Und checkt gerne mal den neuen YouTube-Channel unten in der Videobeschreibung ab. Wir, äh, haben jetzt einen neuen YouTube-Channel, wo wir so Highlights hochladen oder, äh, Special Events aus dem Stream, würde ich mich sehr freuen, okay? Liebe geht raus und macht es gut. Ciao, ciao.